Wir müssen heute aus den Backrooms entkommen. Dabei gibt es Monster wie Shrek, Sirenkopf und Smileyface. Wir müssen alle Akten-Schränke durchsuchen, um Waffen zu craften, um diese Monster zu besiegen und aus diesen Backrooms zu entkommen. Schau bis zum Ende, um zu erfahren, ob wir es schaffen. Los geht's! Hier sind die Backrooms, Kasper, und hier soll er scheinbar ganz, ganz gut sein. Mach die Tür zu hinter dir, sonst geht das nicht auf hier vorne, glaube ich, oder? Oh Gott! Oh mein Gott, so gehört, kann ich hier nicht einfach durchgehen? Doch, wir sind in den Backrooms jetzt hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, was ist hier? Nein, die Power ist gerade weg. Strom ist ausgegangen. Also wir müssen jetzt hier am besten meinen Weg nach draußen finden, nur anscheinend lauert Shrek hier ein bisschen rum. Wir können, guck mal, das ist hier Sachen kraften. Shrek in den Backrooms? Ja, ja, guck mal, gehen wir unten links auf dieses Werkzeug, können wir auch Sachen kraften. Diese Single-Shooter, Granate. Granate. Okay, das heißt, wir müssen diese ganzen Sachen finden, damit wir die hier, damit wir die kraften können, ja? Genau, und ich glaube, ich habe da schon einen Shrek gehört, ne, aber... Ich auch, ich höre dir doch dahin, lass mal hier lang, bis hier dahin so spinnt. Ja, stimmt, okay, lass mal zum Spinn hingehen, mal gucken, ob wir da was finden und vielleicht da noch entkommen können. Oh ja, hier, guck mal, durchsuchen, durchsuchen. Ich durchsuche auch gerade. Oh mein Gott, ich habe Kabel gefunden. Ich habe Holz gefunden, sehr gut. Okay, komm, wir gucken weiter, wir gucken weiter. Hier noch mal ein paar Sachen, wichtig, jetzt hier, du hast Holz gefunden? Oh ja, Holz. Oh mein Gott, ich habe auch einen Stein. Oh mein Gott, Kuba hat sich gefunden ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Waffe, was? So, Shrek doch, komm, Alter, ich habe jetzt eine Doppelschrotflinte. Junge, du knallst den ab, aber wir müssen noch mehr sowas finden, ich will sowas auch haben. Ich könnte dich auch abknallen gerade, ne? Na bitte nicht. Warte mal, was hier, hier ist ein Schatten auf dem Boden. Ich weiß, was... Kann man das untersuchen? Aua! Auf! Ah, ich habe noch einiges Leben. Ich auch, was war das? Ich glaube, Shrek hat da hingepinkelt oder sowas. Guck mal, hier eine Falle da oben. Oh mein Gott. Noll. Oh mein Gott. Warte mal, wir müssen am besten jetzt hier vorbeilaufen. Können wir die aufmachen? Mach auf, mach auf, mach auf. Mach mal auf hier. Hier ist nichts drin, hier ist aber nichts drin. Wir sind jetzt drin. Okay, komm, lass mich wieder raus hier. Okay, lass mich jetzt vorbeilaufen jetzt hier, okay. Ey, Mann, wir brauchen jetzt hier Medikit oder sowas, ne? Ja, 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 irgendwie sowas. Boah, wie groß ist das auch alles hier? Wir müssen noch mehr Sachen finden. Die Backroom sind doch unendlich. Hier! Ja, ein Schrank, ein Schrank. Ey, will der mich abschießen? Und? Hä? Okay, ich such auch mal. Was hast du denn gefunden? Ne, warte. Hä? Plastik, ja, ich hab was. Ah, Schwarzpulver habe ich gerade gefunden. Das habe ich auch schon gefunden. Okay, dann lass mal weitergehen. Mal gucken, was hier hinten noch... Oh mein Gott. Der schießt auf mich. Pass auf, der schießt. Der schießt, als ob. Ja, warte, warte, was ist hier? Was ist hier? Okay, ist da was drin gewesen? Ne, ne? Hier ist aber ein Aktenschrank. Sehr wichtig. Der Ball hat hier rum. Ja, aber ich glaube, können wir uns gegen das abschließen? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es auch nicht genau. Was war da? Oh, das Monster. Was war hier? Das war voll gerade der Typ. Das war nicht Shrek, das war irgendein so anderes SCP-Monster. Ich hab's noch mal gehört. Shrek! Nein! Oh, der freut mich jetzt, Kaspar. Shrek ist hinter mir. Oh mein Gott, ich habe ihn gerade gesehen. Ich hatte gerade richtig Angst auf einmal. Aua! Nehmt's noch? Nehmt's noch? Nein! Das glaube ich nicht. Er ist hinter mir, Kaspar. Er haut in die Aft. Das glaube ich nicht. Lauf weg, schnell, so schnell du kannst. Ich glaube, ich laufe im Kreis, aber er kriegt mich nicht. Ich habe ihn abgeschossen. Lauf! Oh mein Gott! Hast du ihn gekillt? Hast du ihn gekillt? Er ist gerade wegpulverisiert. Wo bist du, Kaspar? Okay, sehr gut. Ich bin hier vorne. Oh mein Gott, hier sind so viele Schränke. Ich knack die alle mal auf. Warte, ich bin hier auch gerade bei so einem Aktenschrank. So. Hier sind so viele Schränke. Was? Ah! Oh mein Gott. Was war das für ein Geräusch? Ich habe Wasser gefunden. Ich habe eine Pizza gefunden, die esse ich. Oh mein Gott, das hat mir auch ein Leben gegeben. Aber wo bist du denn jetzt, Kaspar? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin hier mitten in den Backrooms, Brox. So, ich muss hier irgendeine... Ah, ihr Smiley, guys! Oh mein Gott, komm hier, genau. Siehst du mich? Ja, ja. Nein! Nein. Oh mein Gott, siehst du mich? Siehst du aus außen? Schließen ab, schließen ab, schließen ab. Ganz viele, ganz viele. Smiley-Face, komm, komm! Oh Gott, weg. Oh Gott, weg. Wir sind eingeschmerzt. Schreck, ist er auf drin. Schreck, ist er auf drin. Oh mein Gott, nein! 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 Lauf, 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 lauf. Gib, gimme, 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 gimme. Hier rum, hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Ich bin an der Seite gelaufen. Ich bin an der Seite gelaufen. Ich schieße er... Lock ihn weg. Lock ihn. Nein! Nein! Warte, warte. Ja, wo geht er hin? Nee! Ja, schieß ab. Ja, lauf, 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 lauf. Hier durch, hier durch, hier durch. Er passt entlang. Hier kommt er nicht durch, oder? Wir schießen weiter ab. Ich schieße ihn ab. Der passt hier durch. Wir schießen ab. Ich habe es abgeschossen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay, okay. Ich habe auch eine Notizzelle gerade gefunden. Ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, warte mal. Lass die Kurs kurz weiter Sachen suchen und dann am besten... Ich habe noch einen Notizblock. Oh, eine Pizza, eine Pizza noch. Okay, sehr gut. Ess dich mal hier. War das gerade da an der Sackgasse? Ja, ich weiß es nicht ganz genau. Also hier stimmt doch irgendwas nicht. Und der Raum... Also wenn du irgendwie... Oh mein Gott, ich habe noch... Oh, die Shotgun. Sehr gut. Oh mein Gott, wichtig. Du kannst... Ja, guck mal, wie das denn hier lang dazwischen... Da können wir nicht durch. Was ist hier links? Oh mein Gott, ich glaube... Hier muss doch irgendwo der Ausgang sein bei den Backrooms. Es gibt keinen Aus... Lassen wir hier vorne nochmal looten. Es gibt keinen Ausgang bei den Backrooms. Doch, klar. Man fahrt da irgendwo so einen Ausgang. Ja, 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 ja. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir müssen nur... Finden. Ich glaube, ich kann mir jetzt schon was craften, oder? Ne, noch nicht. Oh mein Gott, ich habe wieder heiliges Wasser gefunden. Bedeutet... Warte, kann ich schon was craften? Hast du mir das schenken? Ich habe fast... Was ist das denn hier? Oh mein Gott. Ich habe einen seltenen Raum gefunden. Wo bist du denn? Hier reingegangen. Wo denn rein? Ich habe zwei Shotguns. Guck mal, hier, das ist ein seltener Raum. Ein Computerraum. Willst du das denn... Search? Hier wurden... Ich glaube, hier wurden die Backrooms gegründet. Noch mal, du Teesburg, wie du zwei Shotguns. Hä, aber guck mal. Oh mein Gott, hier ist Schrik. Los. Was ist los? Hier ist Schrik im geheimen Raum. Kaspar, Hilfe. Schieß ihn ab, schieß ihn ab. Hilf mir. Ich schieße, ich schieße. Er geht auf mich, er geht auf mich. Nee, er geht auf jeden anderen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat die einmal getroffen. Der hat die einmal getroffen. Sehr gut, sehr gut. Er ist weg, ne? Ja, er ist weg, er ist weg. Ey, ich habe jetzt... Warte mal, ich habe... Das Ding ist, wenn du jetzt hier links gehst auf Craften, scroll mal runter. Du kannst da richtig so eine Minen-Rake an und sowas hier craften. Oh, loll. Voll die krassen Sachen sich gerade. Loll, das stimmt. Also wir müssen ganz viele Dinger finden und dann solche Sachen craften am besten. Warte mal, hier ist noch ein Schrank, den sammle ich noch mal einen hier. Vielleicht bringt er Leben oder sowas. Genau, sammel den Schrank ein. Super. Das Schreck, das Schreck. Er kommt. Plutonium. Er kommt. Schieß ihn ab. Oh mein Gott. Ich schieß, ich schieß. Okay, okay, okay. Ey, die Shotgun war so wichtig, dass wir die bekommen haben. Lauf weiter, lauf weiter, links, 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 links. Wo bist du, wo bist du? Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Ich bin raus und dann links. Hey, was machst du denn? Oh nein, ich bin hier doch raus und dann links. Wo bist du jetzt? Ich bin ja jetzt, chill doch mal. Hier ist noch mal Plastik. Nur Plastik, okay. Wir finden mal unterschiedliche Sachen. Mal gucken, ich habe schon... Oh, ich habe Holz gefunden. Ich könnte jetzt theoretisch, könnte ich jetzt schon fast Single Shooter, aber ich würde lieber auf so krasse Sachen sparen. Ja, ich würde auch lieber auf sowas sparen. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Wir müssen ja noch ein paar Schränke sind hier. Oh, hier sind noch ein paar Schränke. Was ist das denn hier für ein Raum? Hier waren wir schon mal. Das ist, glaube ich, so ein Raum, in den du reinkommst, um von denen zu entkommen oder so. Wieder Plutonium. Stimmt, Metall habe ich gefunden. Was findest du denn? Plutonium. Plutonium, das brauchen wir für eine Nuke. Du willst eine Nuke machen? Ey, du hast fast kein Leben mehr, ne? Pass auf. Ich weiß. Was ist das denn hier? Guck mal, hier ist ein Hebel. Hier ist so eine Falle. Das heißt, wenn die immer kommen, können wir die so... Wow. Zack. Stimmt, 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 stimmt. Du musst am besten so ein heiliges Wasser finden, damit du wieder Leben bekommst, weil sonst bist du vielleicht tot, ne? Ja, ich will nicht drauf gehen. Bitte jetzt Wasser, bitte Wasser. Nein, ey Mann. Oh mein Gott, ich habe schon wieder eine Shotgun bekommen. Was? Ich habe auch schon zwei Stück hier. Eigentlich voll gut, ne? Hier muss Wasser. Oh Gott, hier ist viel, hier ist viel. Wo ist viel? Oh, pass auf. Oh mein Gott, smiley. Smiley face. Schieß ihn ab, schieß ihn ab, schieß ihn ab. Schieß, 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 schieß. Ich schieß schon, ich schieß schon. Schieß doch bitte. Ich schieß doch. Schieß doch bitte auf ihn. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, er geht, ja genau. Sehr, sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob die Explosion auch Schaden macht. Ich habe Angst vor der Explosion. Ja, ich auch. Plutoni, wir sind das erste Mal auch gefunden. Oh, komm doch mal, da ist Smiley face wieder. Ey, lass dich beide abschießen. Oh, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe jetzt gerade einen Kompass gefunden. Einen Kompass braucht man für... Oh, für was braucht man den für? Hä, für nichts. Das ist um zu entkommen. Ach, was? Oh mein Gott, das weiß ich, wo Süden, Westen und so ist. Ja, dann lass mal, wo ist denn, in welche Richtung müssen wir denn entkommen? Norden oder wo? Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht, ne? Das ist das Problem. Ich habe wieder ganz kurz Metallkabel gefunden. So viele Gänge schon wieder, Mann. Ich weiß, viel zu viele Sackgasse. Hier vorne lang, hier vorne lang. Ne, doch nicht. Hier vielleicht lang, ne? Ja, da lang, da lang. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, ohne Spaß, ne? Ich hatte eben... Das ist ein Schrank? Wo ist ein Schrank? Ey, ich hatte... Das Ding ist der Kompass. Ja. Der zeigt halt Süden, Westen und so was an. Ja, meinst du... Oh Gott, was ist das denn da? Oh mein Gott, lass echt hingehen. Was ist das denn? So ein Schrank oder so was? Ich habe jetzt gerade einen Zuckraht gefunden. Das brauche ich für eine Raygun. Alter. Oh mein Gott, okay, auch wichtig. Ist wahrscheinlich mega, mega selten oder so was, ne? Ich glaube, eine Raygun ist richtig gut hier. Nochmal eine Shotgun, das dritte Mal schon. Was? Und hier? Hä? Oh mein Gott, wir können das aufschaufeln. Hä? Wie, das können wir aufschaufeln? Ja, oder nicht? Hä? Ich kann das nicht aufschaufeln. Ich kann gerade aufschaufeln, glaube ich. Und jetzt? Hey, jetzt ist es weg. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas dafür... Ja, jetzt ist gerade der Strom aus. Ist gerade nicht so gut, ne? Ich weiß nicht, ob man halt in irgendeine bestimmte Richtung gehen muss. Oh Gott, das ist gut. Ja, du hast ja immerhin schon mal einen Kompass, ne? Ja, der ist locker richtig selten, der Kompass, ne? Ja, dann lass mal Richtung... Wollen wir uns Richtung Norden orientieren? Oh mein Gott! Pass auf! Ich bin gleich tot! Kaspar, lauf! Ich muss Wunderwasser finden, schnell! Lauf, Wunderwasser! Ich hab ihn, ich hab ihn! Ich hab 10 HP nur noch, Alter. Ich muss echt hier langsam was zu healen finden. Du musst echt jetzt suchen mehr Schränke durch und brauchst... Ich hab ja dieses Wasser, aber ich kann es dir nicht geben. Achso, du hast sogar noch eins auf Tasche, was? Ja. Oh, warte mal, hier sind so seltene Schränke, die mach ich mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sind, glaube ich, die richtig... Die sind verbunden mit einem Stromkabel. Das sind die richtig krassen Schränke, glaube ich, ne? Oh, Holz nur gefunden. Okay, so krass dann doch. Oh, ich hab noch eine Shotgun, jetzt hab ich drei Stück davon. Alter, ich hab auch schon drei Stück, aber ich muss jetzt hier Leben finden, ey. Ich find kein Heal. Echt nicht? Hier, warte mal, hier ist nochmal ein Schrank, den sammle ich ein. Wichtig, nimm auf jeden Fall den Schrank mit jetzt hier, ne? Ja, alle mitnehmen hier. Und Widerholz! Och Mann, bitte Heal jetzt mal! Das ist ein Monster gewesen, grad. Ich hab Black Powder. Hab ich gerade eine Spinne gemacht? Ja, 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 hier ist nichts, hier ist nichts. Oh mein Gott, da hinten sind drei Monster, die einfach folgen, ne? Ja, ich hab das grad gesehen eben. So, hier nochmal durch. Okay, richtig, jetzt hier die Schränke mitnehmen. Wow, aber und Widerholz ist vierte Mal am Schrank. Ey, ich hab wieder ne Shotgun, ey, ich hab vier Shotguns. Ich kann mich schon was craften, ein Single Shooter, ich kann meine Pistole craften. Ja, aber ich glaub, das ist nicht so gut, ne? Ey, als wenn hier Sackgasse ist, was? Kratten? Ja, ich mein, du hast den Kompass. Lass mal Richtung Süden orientieren. Richtung Süden? Komm, wir gehen Richtung Süden jetzt. Das ist jetzt Richtung Osten jetzt geradeaus, ja. Und was wäre, ja, dann Richtung Osten, komm. Okay, wir gehen jetzt einfach Richtung Osten. So, hier lang. Dann muss ich ja irgendwann rausgehen. Jetzt nur, oh mein Gott. Oh mein Gott, lauf, wir sind da, glaube ich. Was für euch hier? 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 Hier lang, oder was? Nee, das hier ist Osten. Okay, okay, sehr gut. Aber hier ist, äh, oh Gott. Sackgasse, oder was? Geheimer Raum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier vielleicht auch durchquetschen? Oh mein Gott, wo geht das denn jetzt hin? Sag mal. Oh, ne Sackgasse, ich glaub's ja nicht. Ey, das wäre zu krass gewesen, wenn da halt irgendwas drin gewesen wäre, ne? Alter, das würde mir vor irgendein krassen seltener Frau hier lang, ne? Hier lang. Okay, warte. Ne, das ist Sackgasse. Auch Sackgasse? Vorne lang. Hier, vorne lang. Da waren wir doch gerade schon, das war das mit dem Sand. Hier lang! Okay, hier. Ach ja, stimmt, das mit dem Sand hier, ja. Ja, da haben wir ja schon den durchs Boot. Ja, okay, warte, wir sind hier überall schon gewesen, müssen wir anscheinend zurückgehen. Ja. Wir sind hier lang, oder müssen wir anscheinend nicht Osten? Warte mal, ich sehe hier einen anderen Weg, lass mal hier langlaufen, da kommen wir ja gerade her, lass mal hier langlaufen. Hey, wir kommen da nicht gerade her. Doch, hier können wir auch Richtung Osten lang, er zeigt uns auch den Weg hier anscheinend. Hey, da liegt Bananenweg. Damit du auch so rutschstattst. Ey, wir sind doch von hier gekommen, was lavasst du denn? Digga, hier ist Sackgasse. Ja, aber wir sind doch von hier gekommen, wir sind von links hier gekommen. Ja, von links, ja, aber ich dachte, jetzt geht hier halt lang. Ne, da geht es nicht lang. So, wir müssen jetzt hier lang gehen. Und, äh. Weißt du, du blickst doch selber gar nicht mehr durch. Jetzt hier links, doch, ich hab doch den Kompass. Ich schieß dich gleich ab, ja. Ich hab den Kompass. So, wir müssen hier, hier müssen wir weitergehen. Hä, von mir kommen wir. Nein. Du bist doch ganz neben der Spur. Wir können das doch durchsuchen. Du hast zu viel Sand gegessen. Das haben wir schon durchsucht. Wir haben echt zu viel Sand gegessen. Ich glaube, da kommen wir her, Mann. Wir müssen, Digga, da ist gleich Sackgasse. Okay, dann müssen wir jetzt hier rechts rum, glaube ich, ne? Nein, da ist auch Sackgasse. Wir müssen hier wieder ganz zurück. Hier links rum, jetzt. Jetzt hier links, jetzt hier links. Ich muss mehr Sachen finden. Hier. Ich muss Leben finden. Oh, hör auf damit, sag mal. Ja, lieber, jetzt machen wir vor, dass jemand bei uns macht. Ja, ja, durch hier, durch hier. Wir wollen mal die Bananenpistolen. Haben die gecraftet vielleicht schon, ne? Das kann sein. Könnt echt gut sein, ne? Ist hier noch ein Schrank irgendwo? Warte mal. Ich glaube... Ja, hier ist noch ein Schrank. Hier steht einer. Ich sammle mal einen. Ja, geht auch. Okay, sehr gut. Sie sind schon mal auf der richtigen Spur. Ey. So, ich brauche jetzt hier... Ich habe wieder dieses Zug krallt. Oh mein Gott, ich habe den Nuke launched. Oh mein Gott. Nein. Was passiert jetzt? Gehen wir jetzt drauf, oder was? Oh Gott, komm, lauf, 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 lauf. Hier lang, hier lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh, Alter. Ey, aber ich bin nicht gestorben. Ich auch nicht, aber ich habe... Die Sicht ist anders oder so. Zug krallt. Ich habe wieder Notizblock gefunden, ne? Ey, ich habe so viele Dinger. Ey, wir müssen jetzt hier abhauen, zwar sofort. Können wir den nicht irgendwie... Hier vielleicht? Hier vielleicht? Hier. Hier, hier, hier. Ja, zeig mal, zeig mal. Glutonium. Glutonium. Okay. Okay, sehr gut. Aber hier ist wie eine Sackgasse. Hier waren wir dann schon schon. Sackgasse. Ey, Mann, die laufen mir die ganze Zeit hier... Ey, hört auf. Ist das irgendwo ein Monsterwerk? Hört doch auf, Mann. Hey, die sagt aufhören. Was machst du denn? Ich kann das nicht einsammeln hier. Jetzt habe ich es. Okay, sehr gut. Aber ich habe keinen Heal, ne, von denen. Ja, ja. Oh mein Gott, Smiley Face. Du kommst aus der Richtung, komm dir, wo du bist. Okay, okay, wohin denn dann? Ich schieße auf. Ich schieße bei allen Schott ganz... Ich hab's auf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aua. Oh mein Gott. Hast du dich vergrückt, oder was? So, ich habe mein heiliges Wasser... Nein! Nein, bitte. Ah! Smiley Face, verschau an mich! Ah! Was machst du denn? Was machst du denn? Lauf einfach nur in eine Richtung. Dann stirbst du nicht. Ah! Smiley Face! Oh! Schieß doch mal drauf da jetzt, ey. Ich treff nicht. Ich muss mich ja alles alleine machen. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Sehr gut, sehr gut. Geh weg, sehr gut. Okay, komm, jetzt geh mich hier lang. Ich habe echt kaum Leben. Ich muss Leben finden am besten. Du musst echt leben, ne? Müsst du vielleicht einfach warten. Dann müssen wir dir nicht einfach diesen Stromteilen folgen. Ja, aber... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, pass auf, das zieht ihr Leben ab. Ich glaube, wir sind hier gleich am Ausgang. Ich hab ein gutes Gefühl. Du hast ein gutes Gefühl, dass wir hier am Ausgang sind. Okay, das ist ja... Nein! Nein, Schreck! Alter, er hat mich einfach berührt. Was ist da hin? Oh Gott. Ist er weg? Er ist weg. Er ist weg. Wir müssen hier gleich am Ausgang sein. Okay, lauf, 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 lauf. Ich glaube auch. Der ist die ganze Zeit hinter mir, der blöde Schreck. Der ist hier, der Ausgang ist hier gleich. Wo bist du denn jetzt hin? Hier durch, hier durch. Hier vorne bin ich, hier vorne bin ich. Hier. Oh mein Gott, Smiley Face ist es hier. Ich schieße auf. Ich auch, ich auch. Schnell, ja, pass auf, pass auf. Ich weiß, dass ich explodieren. Sehr gut, sehr gut. Ja, hier lang. Ich gehe jetzt gerade links rum. Ich bin trotzdem jetzt bei dir. Was ist denn hier? Schreck und Smiley Face am einmal. Nein. Lauf. Rein in den Raum. Schreck, hab ich gleich, schreck. Ich bin im sicheren Raum gerade. Okay, sehr gut. Lass mich doch nicht alleine hier. Pass auf. Der sicheren Raum bringt dir gar nicht. Ja. Okay, da hat mir was gebracht. Da hat mir was gebracht. Ich kann nachladen. Okay, lassen wir hier rechts umgehen. Ich glaube aber aus der Richtung, wo die herkamen, da ist jetzt der Ausgang. Oh mein Gott. Oh Gott. Das muss hier der sein, der Ausgang gleich. Das ist echt nicht verkehrt, wenn man da lang läuft. Ja. Oh, hier sitzt auf jeden Fall. Ah, hier vielleicht. So ein langer Gang auf jeden Fall gerade. Hier ist ein Schrank, den samm ich nochmal rein hier. Ja, den haben wir auch noch nicht eingesammelt. Das heißt, das ist gut. Welcher Schrank? Oh mein Gott, hier ist ein Raum mitten im Schrank, wenn du jetzt links gehst. Ja, okay. So ein Cyrus Monster. Ey, ah. Ah, ich habe Lust für euch Leben. Hilfe. Nein, ich mache auf, ich mache auf. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Ich habe mich gekillt. Ey, Mann, mich hat es auch gekillt, ey. Da ist es heute gewesen, meine Freunde. Wenn dir gefallen hat, wenn ihr davon noch einen zweiten Platz sehen wollt, wie wir aus den Backcoupen sind gekommen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt euch beim Video so aus. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.